Hallo Leute, heute geht es um das Thema Snare Drum, das Stimmvideo Nummer 2. So, bei der Snare Drum ist es so, ich habe jetzt im Prinzip hier auch schon ein neues Schlagfeld drauf. Das heißt, die Trommel wurde gereinigt, die Stimmschrauben wurden gefettet und das Grundprinzip, nachdem wir jetzt vorgehen, ist eigentlich genau das gleiche wie bei den Toms. Das heißt, wir ziehen fingerfest die Stimmschrauben alle an, so dass alle Schrauben greifen, bevor wir dann im Endeffekt mit den zwei Stimmschlüsseln wieder das Fell hochstimmen. In dem Fall wieder gleichmäßig nach oben. Wir können jetzt ruhig mit den Umdrehungen ein bisschen weiter nach oben gehen, das heißt, wir machen hier nicht wie bei den Toms eine Viertelumdrehung, sondern ich mache jetzt am Anfang direkt eine halbe Umdrehung mit jeder Stimmschraube. Zwischendurch ist es natürlich wieder wichtig zu kontrollieren, wie die Tonhöhe ist und bei eventuellen Unterschieden einfach nochmal nachzustimmen. Jetzt haben wir schon hier ein relativ gleichmäßiges Ergebnis. Man muss jetzt natürlich sagen, die Snaredrum ist vom Stimmen her eine reine Geschmackssache, ob man jetzt den Ton lieber tiefer mag oder höher. Ich habe jetzt hier quasi so ein mittleres Tuning. Ich habe die Snare jetzt mal rumgedreht und wir kümmern uns mal um das Resonanzfell. Also bevor wir das Resonanzfell stimmen, stecke ich einen Stock unter den Snare-Teppich, um zu vermeiden, dass der Snare-Teppich beim Stimmen am Fell anliegt. Meine Philosophie dahinter ist eigentlich relativ simpel. Das Resonanzfell der Snaredrum stimme ich eigentlich so hoch, wie es irgendwie nur geht. Beim Hochstimmen sollte man jetzt vorsichtig sein, da Resonanzfälle von Snares sehr, sehr dünn sind und wir Beschädigungen vermeiden wollen. Ruhig ein bisschen höher gehen, aber wie gesagt, immer ein bisschen mit Vorsicht genießen die ganze Geschichte und zwischendurch drückt ihr mit dem Zeigefinger einfach in die Mitte vom Fell. Es sollte eine gute Spannung da sein. Mein Ziel ist es dabei immer, so klangmäßig in Richtung Timbalay zu gehen, das heißt schon eine sehr, sehr hohe Stimmung beim Resonanzfell. Das kann jetzt ruhig noch ein kleines bisschen höher. Jetzt muss man natürlich wie gesagt auch einfach wirklich vorsichtig sein, dass es nicht anfängt zu reißen irgendwann. Aber no risk, no fun, wie es so schön heißt. Es ist schon eine recht hohe Stimmung, die lassen wir jetzt erstmal so und jetzt kommen wir zur zweiten wichtigen Komponente auf der Resonanzfellseite. Das ist der Snare-Teppich. Beim Snare-Teppich solltet ihr immer mal kontrollieren, ob der gerade gespannt ist, das heißt, dass er sich nicht verzieht. Das führt ansonsten zu unnötigen Nebengeräuschen und ihr werdet feststellen, dass es dann rasche Geräusche gibt, die ihr nicht haben wollt. Das heißt, im Zweifelsfall da einfach nochmal die Bänder oder das Band auf jeder Seite nachjustieren, dass er gerade aufliegt. Es können sich natürlich auch mal mit der Zeit einzelne Drähte lösen. Das ist nicht weiter schlimm, trotzdem könnt ihr den Snare-Teppich weiter benutzen, aber ihr müsst ein bisschen aufpassen. Dadurch können natürlich an den Enden, wo ihr sich gelöst habt, spitze Kanten entstehen, die das Fell beschädigen können. Das heißt, eine Sichtkontrolle oder in dem Sinne eine Kontrolle mit den Fingern ist immer zu empfehlen, um einfach sicherzugehen, dass ihr lange Spaß in einem Resonfell habt. Bei der Spannung als solches sage ich einfach, ich gehe nie so wirklich hoch mit der Snare-Teppich-Spannung. Das bedeutet, der ist nie so stark gespannt bei mir. Es ist eher so eine mittlere Spannung, weil ansonsten können es sein, dass die Snare-Dom dann sehr, sehr abgewürgt klingt. Wir fangen jetzt erstmal an, den Teppich komplett lose zu machen. Das heißt, dass jetzt wirklich kein Snare-Teppich am Resonanzfell anliegt. Dann hört ihr, klingt die Snare fast wie eine hohe Tom. So, jetzt drehen wir langsam den Snare-Teppich fest. Und dann fängt er langsam an zu rascheln. Das ist auch gut so, weil das wollen wir ja auch haben. Wir drehen es ein kleines Stückchen fester. Aber so ein leichtes Nachrascheln ist gewollt und soll auch wirklich auch da bleiben. Wenn man den nicht zu fest dreht, dann hat man auch wirklich die komplette Bandbreite des Klangs von eurer Snare-Rum. Das heißt, die Dynamik ist noch wirklich gegeben und selbst bei leisen Schlägen habt ihr noch einen schönen Sound. Wenn ihr den jetzt zu fest dreht, das mache ich nur sehr ungern, weil dadurch zerstört man auch auf Dauer seinen Snare-Teppich, das heißt, der leidet unter sehr hoher Spannung und der Sound, der Snare-Dum, wird auch wirklich sehr, 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 sehr dünn mit der Zeit. Also, ich mache das jetzt mal. Ihr merkt, der Sound dünnt richtig aus. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück mit der Spannung. Und die Snare-Dum ging dann viel voller. Ihr habt viel mehr Ton und ein ganz breites Spektrum an Frequenzen. Und das ist auch gewollt so. Hier mit ein bisschen Dämpfung. Ich nehme zum Dämpfen immer sowas in Richtung Moon-Gel, Sky-Gel, Drum-Honey. Es gibt ganz viele verschiedene Hersteller für solche Pads. Die kleben halt einfach am Schlagfell so ein bisschen fest. Die sind aus Silikon und machen den Sound ein bisschen trockener. Das ist jetzt natürlich Geschmackssache, ob man es jetzt eher abgedämpft mag oder ob man eher will, dass die Trommel offen klingt. Jedenfalls, wenn ihr nach dieser Anleitung eures Snare-Drums stimmt, dann habt ihr eine sehr dynamische Snare und eine gute Basis für euer Tuning. Ich hoffe, das Video war wieder für euch hilfreich. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt einfach in die Kommentare und ich versuche schnellstmöglich darauf einzugehen. Bis bald!